yo leute willkommen zurück bei tombi 2 beim letzten mal habe ich eigentlich hier aufgehört aber ich habe mir das nachgeschaut und hab geschaut dass ich alles fast falsch gespielt habe von anfang bis jetzt habe ich falsch gespielt so geht wird will ich schon alles verbessern leute wir werden jetzt viele sachen heute machen ich weiß nicht ob ich das mit diesen bahn fahren soll weil das gehört dazu es gibt auch diese kujara range diese eine mit dem dass wir die kujara waschen müssen das gibt es auch noch eine aufgabe ich glaube die werde ich auch nicht machen leute manche sachen werde ich nicht machen sag ich euch jetzt schon mal also ich bin euch ehrlich leute 100 prozent schaffen wir das nicht also das braucht ja vier stück davon eigentlich ist voll unwichtig wenn man die fünf hat dann muss man zu diesem einen engel gehen und der erzählt dann wo die alle schweine taschen also die schweine bosse sind wir auf jeden statt der fischer eigentlich wollte ich da reingehen da ist eine hexe leute die vom ersten teil zu dieser gelächtertür aber ne leute ich brauche noch viele sachen erst mal werde ich die dann erledigen und dann machen wir das ne ich weiß ob ich das noch machen kann so diesen rot schon mal das ist gut das muss alles rot sein weiß ich der obere ob der auch rot ist ja ist ja habe ich eigentlich da fische hingelegt leute ich weiß es nicht ich schaue mal kurz nein haben wir nicht ja genau leute was ich nur machen könnte wenn das klappt ja was machst du denn ihr fragt euch jetzt bestimmt machte da habe ich den eingekillt ja da habe ich das von uns gemacht so eischweine kostüm anziehen die machen eisbonbons ich glaube den einen habe ich da gekillt ne gerade egal so hier sind auch noch zwei geht das nicht boah hat geklappt die aufgabe könnten wir dann auch noch erledigen da ist auch noch einer die fragt euch bestimmt was hast du vor ihr habt ihr gleich sehen leute ich frage mich was das für ein krach war mal nachsehen ja das wasser ist jetzt weg da sind noch zwei fische und da ist das goldene haken leute anscheinend wird das wasser von der brücke gelassen wenn man alle fass wird unbedingt sieh nur da liegt was am fluss der brücke ob es jemanden verloren hat fundbrüro wir holen es uns machen wir erstmal muss ich wechseln hier jo tommy hat losgelassen ach ne das ist jetzt so dass die sich jetzt bewegen werden erst mal schaue ich mal nach rechts ob ich da was vergessen habe ach ja hier ist noch ein boss den mache ich auch noch gleich leute wenn ich schon hier bin genau hier weiße truhe so erstmal mache ich das mit dem goldenen haken und dann gehen wir zu dem boss ich werde vielleicht heute drei bosse machen sollte oder zwei mal schauen leute wie das ist beim letzten mal habe ich das ja ausgelassen dann überlegt mir immer da was finden sie finden sie haben die zustand benutzen hier ist auch noch was ich dachte das sind immer früchte so gehen wir mal zu ihm und dann geben wir das mal ab für den angler was ich habe die gefunden vielen dank ich stehe in eurer schuld bitte nehmt dies als dank nixenschuppe halten wow eine nixenschuppe guck mal tommy damit verliert man keine kraft selbst wenn man ins wasser fällt das ist hier wohl doch keine gute angel stelle ich denke ich suche mir eine andere stelle naja macht das so leute jetzt haben wir nixenschuppe und ich weiß schon wo wir hingehen können das werde ich auch gleich machen aber wir gehen natürlich auch noch mit dem boss kämpfen vielleicht gibt es wirklich heute zwei bosse leute hallo tombi alter schwede macht doch ich hoffe nach links ja perfekt das wasser fällt von laut auch das haben wir schon ich dachte ich habe das nicht mitgenommen ja dann gehen wir zu dem boss jetzt gleich so ich bin voll eigentlich mit energie was ist eigentlich hier unten hä was war das denn ist da was aufgetaucht hier war nix ja tommy kannst du mal hoch hier ach hier ist nix so wir gehen zum boss dann bevor ich das vergesse oder so ich mitnehme ja ich bin bereit Leute das ist auch eine krasse area ich finde es auch hier richtig krass da kommt der oder da kommt sie besser gesagt das böse wasser schwein hat seinen großen auftritt ok ich habe gerade sie gesagt aber ihr seht das doch selber leute ist doch das sieht ja auch so wie eine frau eine dame ne ok ein Mädchen egal es sagt nichts mehr dazu was imagin Guck mich mal selbst an. Okay, gu 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 gu. Wer lacht denn so, Alter? So fällt mir doch ab. Soll es auch. Oh, ich pack's nicht. Nein, ich halte das Lachen nicht mehr aus. Okay. Na gut, du willst dich messen? Wir messen uns, aber sei gewarnt. Wasser kann verdammt weh tun, wenn man es hart genug spritzt. Fertig. Ja, ich bin fertig. Ich glaube, der ist schon so ein gestaltes Boss. Ich bin gespannt. Oder ist der leicht? Wenn der jetzt leicht ist, dann lach ich mir ab. Okay, eigentlich habe ich ja getroffen. Egal. Wir bleiben hier die ganze Zeit. Ist wie einfacher hier, ne? Hallo, Tom, wie machst du mal bitte? Kann ich nicht den Tamu einsetzen? Dann würde er springen. Tamu, opf. Ja, ich bin besser jetzt. So, zur zweiten Mal. Jo, jetzt wird's schwierig. Das finde ich gut. Das ist die nächste Phase. Autsch. Okay, ich kann ihn nicht treffen. Okay, ich kann ihn nicht treffen. Autsch. Autsch. Also packen besser gesagt. Kannst du mal jetzt aufhören hier? Fast. Autsch. 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 Am cool. Mach's mich Arsch. Abfham dich. So, jetzt weg mit dir. Fangmöses Wasserschwein. Fertig. Wasserschweine Kostüme halten. Du hast es geschafft, Tombi Ja, ist das gleiche wie beim letzten Mal Das ist immer das gleiche Oh, Wassertempel Seht nochmal Okay, eigentlich hat sich da fast gar nichts geändert Oh, bald So, fertig So, wo konnte ich noch hin? Genau, wir könnten das mit dem Nixchen-Chuppen noch machen Ich schaue mir aber noch, was ich noch machen könnte Komm, ich benutze jetzt Baron Wo ist er da? Ah, ich weiß noch, was ich noch machen kann Genau Aber erst machen wir das nicht mit der Nixchen-Chuppe Sondern wir gehen zu Kujara Ranch Zum Gipfel Ach, ich muss eigentlich nicht zum Gipfel, sondern zum Anlage, Leute Oh Mann Ihr habt wieder falsch gemacht Egal Egal Dann gehen wir zurück Komm Ah, das ist noch eine Truhe Tom B Können wir da mitnehmen Wie viel haben wir eigentlich? Schauen wir mal Ah, noch ein bisschen Fehlt uns nur noch 110.000 So Was wollte ich jetzt machen? Ja, wir können ja eigentlich rutschen So Leute, ich habe das ja immer mit diesem Schneegelwünsche nicht geschafft Ich versuche das mal jetzt zu machen Oh, das will ich noch mitnehmen Ah Komm Alter, was So, habe es 1000 ist 1000, Leute So, das ist da drüben, nenne ich hier Ja, das war es, Leute Ich habe das vergessen Das zu machen So, machen wir das mal Eben Da ist ein Stein Bam Also 5 Stück So, die versuche ich mitzunehmen Zwei Drei Okay, den habe ich auch nicht jetzt bekommen Hallo Tom B Machst du mal bitte So, jetzt Vier Und den Fünftel Bekommt den ich mir nicht Der Idiot Oh Mann, ey Hehehe Wer mich jetzt verarschen So, endlich Fertig So, jetzt muss ich zum Dongle-Wald, Leute Und wenn ich noch Zeit habe Mach ich noch den anderen Boss Ich hoffe ich schaffe das auch noch, ne Sehr wichtig So, hier bin ich Ich muss mich treffen lassen, Leute Hallo Machst du mal bitte Ja, hier Ja, wir müssen unsichtbar werden Sonst schaffe ich das nicht Boah, ich hoffe ich schaffe das jetzt, ey Sonst mache ich hier die ganze Zeit Struggle, ne Oh mein Gott Die sind so Scheiße Ja, mit Tabu geht das nicht, ne Haben wir den Tabu noch? Ja Ich glaube mit Tabu ist das schwer Und außerdem Ich habe was vergessen Oh Mann, ey Ich habe was vergessen Ich glaube ich muss wieder normal werden Sonst geht das nicht, ne Ja Ja Sonst geht das nicht Ah Ich Idiotel Schon, dass wir das falsch gespielt haben Habe ich das jetzt auch hier Wo ist denn jetzt dieser heller Pilz, ey Habe ich denn jetzt nicht gesehen? Hä Ach da Boah So, ich ändere mal jetzt schon mal die Kostümstelle Ah genau Jetzt nehmen wir den mal mit Schnell Ach, brauchen wir sowieso nicht Ich kann doch Das Ohne die Pilze, ne Ja, jetzt bin ich Aber geworden Egal Jetzt haben wir den Lackkrampf Ich muss das umdrehen Sonst kommen wir nicht da hoch Ihr seht doch schon gleich Was ich meine Was mache ich da Genau Ah, ich muss wieder normal werden So geht das ja nicht So So Nein Ich brauch den Sonst geht das ja nicht Boah, ich hatte jetzt gerade einen Schluck auf Ey So nervig, ne Leute So Ich weiß nicht, wie ich das aber machen soll Mit diesem Tabu, ne Weil wir springen viel zu weit Alter Ihr hört ja schon, wie ich schon drücke, ne Mit dem Joystick bestimmt Ja Ja, wenn das nicht mit dem Tabu geht Dann werde ich das glaube ich Entfernen gleich Ja Komm Ich entferne das mal Vielleicht geht das ja Ohne Ja Ja fast Nur Tombi macht das nicht, Leute Er macht nicht mit Das ist das Problem Hätte er sich jetzt festgehalten Hätte ich das jetzt geschafft Ist aber auch schwer hier Muss sein So Hier hoch Kommt die Ist auch richtig schwer Die Sprünge Von wem war das die Idee So hoch zu machen Diese scheiß Geister Türen Wenn ich den jetzt schnappe Dann bin ich dann wieder normal Das ist nicht gut Wir müssen rüber Dunkelkiste da hinten Jetzt kann ich wieder normal werden Oh Mann Wo ist jetzt dieser heller Pilz Ey Da Jetzt Rechts So Wir können jetzt auch wieder normal Den Eichhörnchenkostüm anziehen Und mit dem reden Was ist denn mit euch los Ich will ja nicht misstrauisch sein Aber was macht ihr denn da Hm Es mag nicht so aussehen Aber wir sind fleißige Forscher Schneeglühmchen erforschen Muss Spaß machen Aber du Das kleinste von allen Es sieht anders aus Muss das mal entkunden Ja Oh Nur ein Spaß Eigentlich bin ich nur an Schneeglühmchen interessiert Du siehst nicht wie ein Waldbewohner aus Wenn ihr unterwegs Schneeglühmchen seht Sagt uns bitte Bescheid Ihr habt Schneeglühmchen? Kriege ich sie? Bitte schön Noch mehr Käfer 20 Mit so vielen Ui Ui Was passiert da? Oh Ist das hell Stärker als ich dachte Anscheinend verstärken Schneeglühmchen Ihr Licht gegenseitig Es ist zu stark So kann man sie nicht herumtragen Genug geforscht Was? Wollt ihr das Licht abschirmen? Braucht wohl Eine Behälter Wenn ihr sie mitnehmt Hilft euch das vielleicht unterwegs Ich habe hier etwas gehört Über eine Dunkelkiste Sammle Schneeglühmchen Fertig Bitte schön Hm genau Das ist sie Diese Kiste schluckt alles Licht Ich gebe eure Schneeglühmchen Da hinein Dunkelkiste weggegeben Boah Schläfgewöhmchen Kiste ist das jetzt geworden Na gut Viel Glück unterwegs So Die Aufgabe haben wir jetzt auch erledigt Endlich Ja da drüben bin ich nicht hingegangen Leute Da brauchen wir noch Sachen Ey ich hab deinen Scheiß Ernst Alter Wollt ihr mich jetzt verarschen oder so Leute das mit dem Boss machen wir beim nächsten Mal Ich will noch ein paar Aufgaben machen Wegen Wegen das schon Und wegen dir Also Schneeglühmchen Kiste Und Nixen Schuppe meine ich So Was würd ich jetzt machen Genau So ich teleportiere mich mal schon mal dahin Den Boss machen wir später Nein ich wollte ja nicht da So Warum wo bist du Da bist du Ja wir müssen zum Wassertempel Ich werde auch hier speichern jetzt Ja ich könnte schon das andere anziehen Den Schwimmanzug So dann speichere ich es hier Leute Das war es schon mal mit dem Part Ich hoffe ihr hattet Spaß Wir sehen uns dann bei meinem nächsten Part dann wieder Leute wenn es wieder heißt Tombi 2 Ciao 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 Ciao